Es ist das heilige Grisam, das unser Erzbischof immer in der Karwoche für alle Gemeinden unserer Erzdiözese segnet, eine Mischung aus Olivenöl und Balsam, das auch bei der Taufe und bei der Firmung dann eben verwendet wird und demnächst unsere Firmanden auch mit diesem heiligen Öl gekräftigt werden, dass sie geschmeidig sind, dass auch sie den Klang des Glaubens in unserer Gesellschaft verkünden. So sei diese Kolorat- und Totnam-Glocke gesalbt mit dem heiligen Grisam und lasse ihren Klang des Glaubens erschallen. So sei diese Marienglocke gesalbt mit dem heiligen Grisam und lasse durch ihren Klang den Ton des Glaubens erschallen. So sei diese Christusglocke gesalbt mit dem heiligen Grisam und lasse durch ihren Klang den Ton des Glaubens erschallen. Und jetzt werden diese Glocken geirrt mit dem Weihrauch. Wie weihrauch, steige empor unser Gebet vor dir, oh Gott. Wie weihrauch, steige empor unser Gebet vor dir, oh Gott. Wie weihrauch, steige empor unser Gebet vor dir, oh Gott.